doch der kann da runter ja eigentlich muss ich warten bis er abgelenkt ist oder so das war es wahrscheinlich was ich nicht beachtet habe war ist wieder von vorne oder was nicht das können wir auch nicht kaputt machen das kann bestimmt auch wieder halkogen halkogen sei schon halt kaputt machen halkogen ja der ist nicht da ich drücke doch umschalttaste rechts was macht er denn da macht nichts ich wechsle mal ich glaube er muss das machen kann man die kamera irgendwie drehen oder was ich sehe hier gar nichts mehr aber irgendwas scheint da zu sein deswegen scheint er zeigt er uns an umschalttaste rechts geht aber nicht er zuckt nur mit den schultern und irgendwann die ein spinner versucht uns zu zerstören obwohl er gar nichts trifft oder was seltsam nein nicht wieder ganz zurück nein wir werden ja wieder zurück gedrängt nicht nein jetzt sind wir wieder zurück das darf dadurch wahr sein nicht gut nicht gut da sind wir zerschellt hör doch mal auf boah da wird man ja ganz zippelig hier hört doch nicht auf wer macht denn das wer macht denn so was hier das darf nicht wahr sein da so denn umschalttaste drücken oder was rechte umschalttaste geht nicht keine sorge das kriegen wir schon hin nur mechaniker können beschädigte blaue und lege und gegenstände reparieren ja gut okay aber warum wird dann immer angezeigt rechte umschalttaste das geht nicht wir können das nicht reparieren ja aber wie denn wie geht es dann weiter ne das geht nicht was können wir denn hier noch machen boah der soll mal aufhören damit das darf doch nicht wahr sein was können wir denn machen das können wir auch nicht das war schon ziemlich schwierig hier wir müssen bestimmt da ganz hinten da irgendwie aber wie sollen wir das denn schaffen ist dann haben sie uns jedes mal abgeknallt ja jedes mal knallen die uns ab wir müssen irgendwas tun hier jetzt ist er weg da kommt er wieder da ist er wieder weg seltsam nur wenn wir da weiter rangehen dann kommt er und dann schießt er uns ab seltsam also das ist ja jetzt ein Leerweil wieder ich weiß nicht lass mich doch mal in Ruhe ich kann ihn nicht töten hier ich kann ihn nicht töten hier auch sonst sehe ich hier nichts was ich machen könnte das teil kann ich nicht reparieren da unten geht nicht hier unten kann ich das auch nicht machen da ist auch ein gerät ich kann ja gar nichts machen oder wie ist das ein bug also so so dann gucken wir hier nochmal warte mal hatten wir das nicht in der Grundausbildung Captain American Shield können Schildhalter verwenden. Gut, das können wir auch nicht machen. Das können wir auch nicht machen. Ist das irgendwie ein Witz oder was? Da brauchen wir Hulk. Nicht zu verstehen. Da brauchen wir einen Mechaniker ganz hinten. Jetzt renne ich hier stundenlang rum und kapiere nicht, was ich machen soll. Da ist eine Leiter hier vorne links. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Toll. Naja, ich habe es aber gefunden. Ich sehe hier gar nichts. Elektrofähigkeiten haben wir auch keine. Also wir können auch gar nichts machen hier. Also wirklich, dann sollten wir nach Hause gehen. Wir sind einfach nur löschen hier. Wir kriegen hier nichts auf die Reihe. Weiter, weiter, komm. Ah! Wow! Also nochmal. Nochmal rüberlaufen. Ich glaube, wir sind richtig. Die Leiter war es. Die ist ja gut versteckt gewesen eben. Irgendwie habe ich sie die ganze Zeit gar nicht bemerkt. Warum auch immer, frage ich mich gerade. Tag. Hier geht es nicht weiter, oder? Warte mal, ist das was? Äh. Also das gibt es doch wohl nicht. Der springt auch runter. Ja, den brauche ich. Ich glaube, den muss ich benutzen dann her. Der hat da nämlich so schönen Pfeil und Bogen. Ich glaube, ich habe da nämlich was gesehen. Das konnte ich aber eben nicht machen, weil ich runtergefallen bin. Was war das nochmal? Genau. Ah ja. Wir wissen noch nicht genau, was das ist. Aber irgendwas haben wir da aktiviert. Können wir da nochmal was machen? Genau auch nicht. Wer ist hier nicht? Naja. Das ist zum Zerstören jetzt, aber das hat sonst nichts zu sagen. Okay, dann mal wieder runter. Da blitzelte links noch was. Keine Ahnung, was das bedeutet. Schauen wir uns das später mal an. Was ist denn das für ein komisches Ding, was wir da oben aktiviert haben? Keine Ahnung. Na gut, der nochmal hoch. Vielleicht sind wir hier noch gar nicht mal fertig. Ne, da geht nichts. Was ist das hier? Was sind Dinge? Lauf mal dichter ran. Da geht immer noch was kaputt. Ich dachte, wir hätten alles erledigt hier. Starke Kräfte, ja, ja. Klar. Da unten fällt noch was ab, aber das hat doch nichts mehr zu sagen. Kann man da unten lang kriechen, oder was? Wie komme ich denn da runter? Nee, da kommen wir auch nicht rein. Ah, nicht runterfallen. Ich will mich erstmal ein bisschen umsehen hier. Vielleicht finden wir hier was. Oh, da geht's nicht weiter. Nee. Da kommen wir auch nicht. Warte lang. Hm. Was ist denn das Tafel, oder was? Ach, das ist so ein Bonus-Teil. Das ist jetzt nichts. Was uns irgendwie hilft, das Problem zu lösen. Hm. Genau, der hat ja... Warte mal. Hier tut sich doch jetzt was. Wieso war das vorhin nicht so? Jetzt haben wir irgendwas... ...gemacht. Wir wissen noch nicht mal was. Eine Maschine aktiviert. Ah, ja. Yes. Ich glaube, ich ahne, was da jetzt kommt. Entweder fällt das Ding runter, oder wir müssen das runter... ...schießen. Wir müssen es runter schießen. Hey. Da ist er erledigt. Gut, da haben wir den nächsten. Frohe Kunde. Von einer Welt, die frei ist. Frei wovon? Freiheit. Und deswegen... ...greifst du hier uns ständig an, hier, oder was? Vielleicht habe ich es so verdient. Ja, wie kommen wir denn weiter? Was bauen wir uns hier wieder? Zusammen wieder so eine Maschine? Ah, ja. Okay. Der andere muss das machen. Links, links, links. Jetzt kommt wieder was rausgefahren, oder was? Nee. Jetzt gehen überall Lämpchen an. Aber jetzt kommt was rausgefahren, oder? Auch nicht. Jetzt müssen wir dahin laufen. Nein, nicht runterfallen. Doch nicht runterfallen. Wir haben wieder den Fallschnee, oder was? Jetzt können wir wieder nichts machen. Wozu ist das alles nütze? Nichts funktioniert hier. Das darf doch nicht wahr sein. Nee, wir müssen die Anna benutzen, sich gerade. Ich habe ihn zwar gesehen, ob das er oben angezeigt wurde, aber... Irgendwie... Ah, nicht runterfallen. So. Du? Nee. Ah, ja. Ah, der kann auch Klasse schmettern. Ist ja alles so kompliziert hier, die ganzen Maschinen. Sind die auch alle ganz wichtig. Ist er jetzt erledigt, oder was? Ja, immer noch nicht. Das hier muss nicht noch schlimmer werden. Natürlich muss es das. Für weniger komme ich von zu weit her. Was ist denn das für ein Argument? Komm schon. Alle kaputt machen. Noch zwei. Noch null. Der ist weg. Du hast ein tapferes Herz. Das auch noch. Na toll. Bitte nicht. Das brauche ich noch. Ich bin Loki. Von Asgard. Wir haben keinen Disput mit eurem Volk. Es kann keinen Streit zwischen Ameise und Stiefel geben. Hast du den vor, uns zu zertrampeln? Sir. Sir, Fury spielt auf Zeit. Ihr fliegt halt alles in die Luft. Nun denn. Der wirft da Blübchen. Wir brauchen diese Fahrzeuge. Wir brauchen diese Fahrzeuge. Was für eine geile Action wieder. Was für eine geile Action. Funktioniert. Ja, aber die Tür hat sich von selbst verriegelt. Naja, vielleicht auch funktioniert hat. Weil irgendwie ist sie auseinander gefallen. So, jetzt schauen wir uns mal um. Na mach. Speichern. Ja. Sehr gut. Wie das immer so geht mit dem Speichern. Funktioniert zumindest. So. Was haben wir denn hier? Hier können wir auch wieder was zerstören. Aber nicht wir. Die ist da eingesperrt. Ne, ne, ne. Das wird nichts. Leider. Den können wir nicht rauslassen, den armen Kerl. Der ist da eingesperrt. Ich kann mal alles mögliche anvisieren. So. Okay. Okay. Na gut, jetzt wird wenigstens das Feuer gelöscht. Und das Auto kühlt ja langsamer. Das glühte ja schon. War ja knallheiß hier. Ein Fahrzeug hätten wir. Jetzt brauchen wir nur noch Feuerkraft. Und wie es der Zufall so will? Nein, du nicht. Aber du. Du kannst das. So. Unten. Rechts. Rechts. Unten. Rechts. Rechts. Da haben wir so Feuerkraft. Das Motorrad. Nicht ganz. Hm. Dann bauen wir auch wieder alles zusammen. Das Maschinengewehr oder was? Ja, sowas. Na. Ups. So, können wir dann fahren oder was? Nachdem alle dann an Bord sind, geht's auch schon los. Und wie aus der, aus der Pfütze da raus sind. Wo wir wirklich sind. Hill hier, habe die Verfolgung aufgenommen. Haben wir Erlaubnis zum schießen? Wiederhole. Haben wir Erlaubnis zum schießen? Komm, 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 mach dir alle platt Da ist so ein Bonus da, dann holen wir uns mal Komm schon, ja, den auch noch, der kommt schon ins Schleudern Na, das war jetzt nicht so vorteilhaft für uns Hä, wie kann ich denn nicht rumlenken Ich kann nur nach vorne schießen Ich muss die ausweichen nur, glaube ich Was schießen kann ich ja? Nicht groß 4, 2, kapiere ich jetzt nicht Wir werden immer mehr sterben Da rufen wir So Komm, komm schon, den auch Den anderen da, komm, rüber Was ist das? Ne, da kommt noch einer Na, runter Hier vorne auch schon mal Der kriegt auch schon mal ein bisschen was ab Der ist immer noch da Endlich, jetzt er weg Mit was hat er denn da geworfen, der Banane oder was? Oh, oh Oh, oh Schnell, die rammen und zugleich Den auch noch links Schnell, komm, 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 komm Mach Unten, 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 runter, runter, runter Mach Ach, ja Jetzt haben wir alle Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann Der Tesserakt ist in Händen der Angreifer Hier Viele Männer sind noch hier unten Zahl der Überlebenden unklar Folgender Befehl Jeder, der nicht mit Rettungsaufgaben betraut ist Sucht nach diesem Koffer Verstanden Wir befinden uns Jetzt im Krieg Ach, jetzt erst? Ich dachte schon vorher Was war denn das vorher? Wenn das jetzt erste Krieg war Na, dieses Level haben wir auch geschafft Hat wieder mega Spaß gemacht Es war viel mehr Action als im vorigen Level Obwohl Ja doch, irgendwie schon Im vorigen wurde mehr geballert Hier ist doch mehr passiert Explodiert Und alles mögliche Da Helikopter abgestürzt Und so Ja, die Miros werden jetzt langsam warm Und wir auch Es wird schon langsam besser Aber ich muss sagen Irgendwie kommt mir das vor Als wenn die Rätsel doch ein bisschen schwieriger sind Als in dem Game, was ich vorher gespielt habe Das war nämlich Jurassic Park Und irgendwie kam mir das doch Teilweise Es waren ein paar Sachen, die schwierig waren Aber da kam mir doch ein paar Sachen Also das meiste doch einfacher vor Hier ist es doch ein bisschen schwieriger Aber macht auch Spaß Ist ja schön, Rätsel zu lösen Ist ja Hammergeil Ja, den haben wir nicht gerettet Ganz rechts Das ist der, der im Auto da drin war Irgendwie konnte ich den ja nicht retten Wie sollte ich da die Scheibe kaputt machen? Ich hatte ja nicht den richtigen Lego Fritz sind da Gut, dann geht's in der nächsten Aufnahme Geht's dann weiter Ich hoffe, dass ihr dran bleibt Und genauso viel Spaß habt wie ich Und ein Abo da lasst Und ein Like Und ja Tschö Bis zum nächsten Video